So, hallo, heute hier ist wieder euer Panthersprung mit dem Spiel The Great War Western Front. Ja, wir befinden uns im März 1915 in Frankreich an der Westfront. Wir konnten in der letzten Folge einen erfolgreichen Angriff auf Sandmenu durchführen, was uns in die gute Lage bringt, dass wir dort quasi mit noch einem Sieg die französische Armee aus diesem Bereich vertreiben können. Ähm, unsere ersten Angriffe auf Lunenville sind ja krachend gescheitert. Ähm, und deswegen würde ich gerne die Chance nutzen, dass wir hier mit Starkkräften, ähm, hier rüber gehen. Das werden wir auch einfach mal machen und hoffen, dass wir, ähm, an der Stelle vielleicht sogar einen Sieg erzwingen können. Wir haben hier, ähm, einen Vorteil, das heißt, wir, äh, der Computer erwartet einen kleinen Sieg und lasst uns das doch probieren, in einem Gefecht direkt, ähm, auch in einem großen Sieg zu verwandeln. Wir haben zur Verfügung, äh, vier, äh, 40 Kompanien, Rekruten, 60 Kompanien, reguläre Soldaten und jeweils fünf Batterien, ähm, mittlere und schwere Artillerie. So, auf diesem Gefechtsfeld von Stenay nach Sandman Hood waren wir noch nicht, also neu für uns. So, was haben wir hier, wir haben, die jeweils prozentierte Seite hat drei Siegpositionen. Es sieht nur nicht stark ausgebaut aus. Jupp, da werden wir mal sehen. Was wir zwingend, also, was ich zwingend benötige für meine Strategie ist da einen Spionageballon. Und ich brauche aus meiner Sicht mindestens zwei Artillerieverbände, leicht und schwer. Die gehen wir auch gut hingestellt. Und wir werden natürlich die deutsche Infanterie spammen. Hier, 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 hier bin ich mir noch nicht sicher, ob wir hier noch einen Graben bauen. Ich würde hier einen Graben bauen und ich würde vielleicht hier sogar mal einen, das habe ich bis jetzt eher selten gemacht, ein Mg-Positionieren. Das ist jetzt vielleicht übertrieben. Und ich werde wieder meine Offensive, wie bei dem letzten Teil, auch über diese linke Seite führen, um schnell das gegnerische Hauptquartier einnehmen zu können. Ich würde sagen, dann lasst uns dann einfach mal in die Schlacht gehen. Wohlstand lässt sich nur durch Frieden erreichen, sagt der Paul von Hindenburg. Wir lassen den Ballon steigen und werden erstmal anhalten, um zu gucken, wie ist der Franzose denn aufgestellt. Wir haben hier, da haben wir Mg-Stellungen, wir, okay, die Mg-Stellung geht hier, ja, wir müssen unbedingt den, hier ist zum Beispiel gar keine Mg-Stellung, das ist eigentlich, äh, obfade sind, vielleicht gehen wir eher über A rein. Aber wir könnten dann keinen Angriff hier in, äh, C-Cover, C-Cover. C-Cover. Ja, das... Zuerst werden wir die Feuerwalze auf die... dem Ballon abgeben und mal schauen, ob wir den kaputt bekommen, weil der der... diese... Sache mit den Aufklärungen wäre es lieber, wenn wir direkt, äh, sicher sein können, dass wir den Ballon vom Gegner weg haben, damit die KI eine schlechtere Sicht hat. Danach würde ich hier erstmal die Bombardierung der Mg-Stellungen in Angriff nehmen. Die, die und die. Um dann quasi direkt, äh, dort den Stützpunkt C einzunehmen. Obwohl ich immer noch ein wenigstragler ist, C das Richtige oder gehen wir lieber über A rein. Ja, das ist manchmal gar nicht so schwierig, so Entscheidung. Also als Soldat hat man es ja einfach, da muss man sich bei solcher Entscheidungen keinen Kopf machen, die werden für einen getroffen, ja. So, dann werden wir mal schauen, wann die große Artillerie wieder da ist. Ja. Ja. Ich denke, hier müssen wir aufpassen, dadurch, dass wir diesmal weniger Artillerie mit, mit haben. Müssen wir schauen, dass wir möglichst wenig, also ich muss hier, definitiv, äh, möchte ich Artillerie, also MGs rausnehmen, um halt wirklich zumindestens die erste Linie relativ einfach blockieren zu können. Genau, da gehe ich mit der Artillerie rein. Genau, und ich denke, diese hintere Reihen, die kann ich mit einer Artillerie, zweite Artillerie, dritte Artillerie, die kann ich mit vier Artillerien unterdrücken. Genau, die leichte Sperrfeuerweize sollte das ausreiten. Gut, dann machen wir nochmal mit der Sperrfeuerweize hier weiter, nein, die schwere Artillerie, da machen wir die fertig. Und dann würde ich sagen, können wir, so haben wir die Vorbereitung für den Sturm dieser Stellung, ähm, quasi hinter uns und werden dann den Angriff einleiten. Wir warten natürlich, bis die Artillerie vorbereitet ist. Und jetzt geht es vorwärts. Genau, die Generäle wollen diesen Abschnitt haben. Ich werde abwarten, bis wir dort etwa in den Feuerbereich kommen. Dann werde ich hier die Feuerwalze, Sperrfeuer kommt rein. Ja, und jetzt wäre der Sperrfeuer da rein. Ja, das scheint nicht zu reichen. Dann werde ich hier nochmal eine reinfügen. Hier kommt da rein. So, jetzt sind wir zumindest so weit, dass die meisten unterdrückt sind. Das MG ist leider nicht dauernd unterdrückt. Gut, zwei sind schon drinnen. So, ich hoffe, das ist schnell erledigt. Was haben wir denn da? Du kommst da rein. Hier kommt vielleicht hier hinten rein. Hier rein. Wir haben die Artillerie. Jetzt haben wir eine Artillerie bereit. Da müssen wir sofort die Feuerwalze zur Blockade schieben. Vor. Vor. Hier stürmt vor. Und hier kommt hier rein. Rein in die Gräben. Die müssen sofort rein in die Gräben. Da rein. Sonst wird schwer. Hier haben wir. Sperrfeuer. Genau. Das hilft nicht. Ich möchte mich nicht ergeben. Rein in die Gräben hier. gut. Dann geht ihr hier vor. Ich glaube, diese Stellungen haben wir in Summe bekommen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt keine großen Verluste hier mehr erleiden. rein in die Gräben. Gut. hier kommt darüber dafür kommt hier rein gut so jetzt ist doch eigentlich der bereich unserer gut an der stelle müssen wir schauen wie geht es vorwärts wir haben hier keinen angriff versuch vom gegner bekommen werde die truppen erst mal leicht schwächen wir haben auch viel kurs verloren diese ganz schwachen würde ich auch erst mal zurückziehen lassen und neue ausge die würde ich hier zumindest ist die gräben voll gut da scheint jetzt die truppen zu kommen ist gut hier da werde ich mal ein bisschen scouten und ich werde auch mit der artillerie mal eine feuerwalze auf dieses mg ausbringen oder stört mich da schon gut wie ist die gesamtsituation wir haben keine gegen hat bis jetzt keine offensiv bemühungen gezeigt das ist ich weiß nicht ob es gut oder schlecht ist kann alles noch kommen er sieht eigentlich ziemlich stark aus und ich bin mir nicht sicher ob wir damit durchkommen artillerie von ihm scheint auch zu wirken ist aber auch kein problem weil ich den auch zu mich zurückziehen lassen würde und werde mal versuchen ein bisschen zu scouten ob ich dort die artillerie oder ähnliches sehe vielleicht ist ja dass die möglichkeit hier oben rein in den graben zu kommen ist natürlich ich will nicht sagen ideal aber vielleicht ist es eine möglichkeit und den gegner doch ein wenig von der seite zu überraschen um schnell in den graben kampf zu kommen so was wir hier sehen so was wir sehen da muss ich ganz klar sagen wir versuchen es von oben da werde ich die feuerweise angeben und ich werde hier dann die blockade von vornehmen von der artologie dann kommen wir in den befehls graben rein von der seite das mg schalten wir aus das ist gut so wir lassen die artologie man sieht ihr das ja so dass die das woher an die das das weiß ich nicht meine man kann ahnen dass man mal truppen lang zieht aber nicht in dem maße gut denn hier sei dran gut jetzt werde ich erstmal schauen dass wir mit der leichten artillerie beiden möglichen blockiert jetzt geht's los da sind ja auch welche drinnen aber nicht so schlimm da kommt ihr hier rein ja und hier unten kommen die rein so jetzt erreichen unsere soldaten die gräben hier rein hier rein hier geht's rein ja da gibt's sperrfeuer ja da gibt's da gibt's da gibt's da gibt's die soldaten in den graben hoffentlich bereiden ja auch ein angst durchführen die werden wir auffeuern und die jetzt da geht es vorwärts hier müssen wir nachschärfen das möchte ich nicht hören wir ergeben uns hier wird gesiegt sehr gut jetzt müssen die franzosen sich hoffentlich auch aus dieser stellung zurückziehen das ist gut so hier geht es rein für die truppen wir haben genau jetzt können wir hoffentlich die artillerie uns vornehmen die können wir aus den graben uns vornehmen so sehr gut da ok jetzt kommt es zu weit gut jetzt kommen unsere nächsten truppen die müssen wir natürlich auch in die liegen bringen so wie sieht sie aus da kommen wir viele truppen rein jetzt bitte schnell hier sperrfeuer machen wir und hier können leichte so sperrfeuer dann möchte ich mal richtiges sperrfeuer haben ja wir haben neue befehle ich habe keine neuen befehle ich will das weiter einnehmen hier so wir müssen die guten hier rüber ziehen hier geht da rüber wir werden das hier verstärken das ist nicht wieder ein gemetzel wir geben uns das möchte ich nicht hören kämpft bis zum letzten mann so oder kommt hier noch mehr so ich will sie mal aus dem hauptquartier raus die frage ist ich brauche neue truppen ding 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 kommt man überhaupt zur pati genau langsam wird es mit den nachschub eng weil ich hier der geendinge französischen schon vernichtet habe gute französische so besser und das sind auch ein wenig guter französischen enfanteriein halten die wir wieder schlagen so ich brauche unbedingt verstärkung hier die truppen die brauchen noch lange bis sie antreffen da brauche ich sperrfeuer ich hoffe dass wir da wenigstens einige von den vorher wegnehmen bevor die in den graben kommen das wird eine enge geschichte so da kommt ihr wieder rein der graben der muss unser sein gut so kommen die langsamer ihr seid auch nicht die schnellsten ja genau diese stellung wird uns das muss das motto sein diese einzelnen anläufe dass die auch nicht konzentriert kommen die hätten uns ganz schnell aus der aus der stellung raushauen können aber so natürlich nicht ja so das ist natürlich großen truppen die hier lang laufen ist natürlich auch schlicht so wieder graben kampf so da werde ich hier erst mal verteilen müssen hier kommt da rein hier kommt da rein hier kommt da rein hier kommt da rein und dann hoffen wir mal dass hier wieder das sind ja massen wo wollen sie die denn her ich werde hier die guten wieder nach vorne ziehen müssen die fehlen mir natürlich dann auch im in dem feuergefecht um die zu behaken aber ich hoffe dass die langsam meine neuen truppen ran geführt werden um diesen kampf dann doch endgültig auf meine seite zu schieben hier kommt hier hin hier kommt hier hin so hier kommt hier rein 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 also ich brauche definitiv noch leute hier in dem graben deswegen tun wir uns hier mal echt bitte den gefallen hier pause zu machen sondern hier muss angeklotzt werden so hier geht es dann geht ihr hier rein ja ich habe hier noch genug platz in dem graben da müsst ihr euch nicht so verstecken ja so das ist aber langsam mal ein volker kompanie die quasi hier drauf schießt ist natürlich wesentlich besser als diese halb leere oder mit kämpfen beschäftigte kompanie und jetzt habe ich hier noch mal ein habe ich noch die reserve da drinnen das sollte wohl funktionieren ja hier erhalte die stellung das ist gut und hier werden die ich den graben diesen diesen graben kommt wenn die auch relativ schnell gewinnen und jetzt hoffentlich schnell den ja hier geht zurück da wird nämlich eine volle truppe ran führen die hoffentlich das ding besser rockt die feuer walze genau und dann werden wir schauen dass wir die art oder hier ausnehmen ja sehr gut 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 ja sehr gut hier geht es rein ja das sieht sehr gut aus das ist nur eine kompanie die muss ausgeschalten werden das kann das könnte nicht sein dass die durchkommt wird aus allen möglichen nächen geschossen ich schon so dem und demotivierten grabenkampf die könnten dürften eigentlich gar nicht gar nicht lange überleben so wo sind wir jetzt ehrlich gar nicht viel verändert wir sind immer noch das hauptquartier eingenommen von gegner haben halt quasi jetzt vielleicht einen leichten sieg nicht die artologie auseinandernehmen müssen dass sie gar nicht noch mal ein stück besser werden also höherwertiger werden die frage ist ob sich ein weiterer angriff lohnt aus meiner sicht komme ich hier nicht richtig weiter vor nicht ohne riesigen verluste das würde ich denke mal uns sehr wehtun ja das ist gut die haben das mg hoch ja also das ist auch nicht einfach zu nehmen ich würde sagen da machen wir für heute erstmal das feuer einstellen ich denke wir haben wir hätten hier keinen großen siegerungen jedenfalls nicht unter dem material was wir hier aufgeboten hätten müssen wir haben einen wichtigen siegerungen auch wichtig zu sehen also wir haben von auffüllungskosten von 740 der gegner 1200 wir haben 6000 soldaten und zehn artillerieeinheiten den gegner beigebracht und der gegner hat uns gerade mal 5000 soldaten gekostet und deswegen das ist das ist gut in summe in summe hätte ich gesagt das ist ja schon ein sieg er wird uns nur nicht viel bringen gut wie sieht es auf der karte aus ja die entente hat sage ich mal änderung des nationalen willens und bei uns hat positive richtung wir haben durch die zerstörung der drei schweren artillerie kompanien haben bekommen wir mehr nachschub für die nächste runde das ist wirklich gut gut diesen begrenzten austausch den werden wir in den nächsten runden der forschung an angehen und ich würde sagen das war's für heute es war wieder euer panther sprung im western front zu great war